...machen, zaubern oder noch mehr Spaß. Was haben wir da? Ein Gedicht. Ghetto-Faust. Kannst du auch machen. Aber das machen wir keine Ghetto-Faust. So, haben wir hier Alter. Witz erzählen oder Alterraten. Vera, bist du davon bereit? Wenn du meinen Kopf berührst, versuche ich dein Alter und deine Emotionen zu erraten. Kopf streicheln. 73 und deine Emotion ist wütend. Mein Name ist Jens Wissam. Ich bin Professor in der Fachhochschule in Kiel für Informatik. Und wir entwickeln seit zwei Jahren gemeinsam mit der Demenz-WG in Kiel vom Diakonischen Werk EMMA. Wir schauen, dass wir einige Applikationen dort gemeinsam mit den Pflegekräften und den Angehörigen, wie auch den Bewohnern entwickeln können, ausprobieren können. Und ja, uns macht es unheimlich Spaß, das tun zu dürfen. So, jetzt haben wir hier ein Gedächtnisspiel, ein Memory-Spiel. Das war auch nicht schlecht, ne? Lass uns sehen. Schön, dass du mir hilfst, meine Bilder zu sortieren. Die sind etwas durcheinander. Los geht es. Ja, holt man direkt drauf. Toll. Das war genau richtig. Wo ist eine Windmühle? Links oder rechts? Windmühle? Toll. Ja, heute war immer zu Besuch. Ich hatte zunächst einige skeptische Rückmeldungen seitens der Damen, die hier die Pflege machen und die Betreuung. Wo ist die menschliche Komponente? Wo ist die Empathie? Und so weiter. Ersetzen sie vielleicht sogar eines Tages unsere Arbeitsplätze. Aber alle Befürchtungen sind im Winde zerstreut. Wir sind alle sehr angetan. Emma kann unsere Besucher durchaus auf eine ganz tolle Art und Weise unterhalten. Mit Musik, mit einem Lachen, was sie kann. Also dieser Roboter hat Potenzial. Und vielleicht kann der Roboter in Zukunft ja sogar den Staubsauger schwenken. Gabriele Medie Petri Sieg 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 Sieg